Der erste FC Heidenheim, ein kleiner Klub und trotzdem würde ich sagen, er tut der Bundesliga gut. Den aktuellen Erfolg hat man sich selbst aufgebaut. Ohne großen Investor, ohne Metzin, sondern weil man einfach gut gearbeitet hat. Man steht für das, was im Fußball wichtig ist. Es gibt eine klare Spielidee und die wird dann leidenschaftlich umgesetzt. Insgesamt acht Bundesliga-Spiele sind sie in Folge ungeschlagen gewesen und es hat nichts mit Glück oder Zufall zu tun gehabt. Okay, die Serie ist jetzt gegen Bayer Leverkusen gerissen, ein knappes 1 zu 2, aber auch da hat man gesehen, zu Hause sind sie echt schwer zu knacken. Borussia Dortmund hat das zu spüren bekommen. Eigentlich hätten die Heidenheimer da sogar einen Sieg verdient gehabt, weil sie klar besser waren. Kleindienst traf halt das leere Tor nicht. Alle großen Klubs haben sich bis jetzt schwergetan und deshalb will ich mal drüber reden. Der FCH wird nix mit dem Abstieg zu tun haben. Wieso? Lernen wir jetzt. Los geht's. Was sich beim 1. FC Heidenheim durch den ganzen Klub zieht, ist die Kontinuität. Frank Schmidt, der Trainer, ist seit 2007 im Amt, länger als jeder andere Profitrainer. Erst als Notlösung und weil man direkt gemerkt hat, oh, das klappt ja ziemlich gut, haben die Leute gemeint, ey, bleibt doch bitte da. Der Weg des FCH ist eh krass, von der Oberliga bis in die Bundesliga. Der Klub hat nie davon geträumt, so schnell wie möglich erfolgreich zu sein. Nee, man hat immer im Hier und Jetzt gelebt und wollte das alles langsam aufbauen. Da passt eine Aussage von Frank Schmidt dazu, und zwar Der Erfolg führt über die Treppe, niemals über den Fahrstuhl. Ja, das ist jetzt schon knapp zehn Jahre her, 2014 hat er das gesagt, und trotzdem ist es noch immer aktuell. Die Philosophie, die hat er geprägt. Er lebt sie und zieht sie dann auch bis zum Ende durch. Egal, was im Verein sportlich passiert, Schmidt hat einen großen Anteil daran. Punkt eins ist da natürlich die Kaderplanung. Der FCH ist zum ersten Mal in der Klubgeschichte in der Bundesliga. Und deshalb natürlich der größte Underdog. Das sieht man dann auch an der Qualität. Der Marktwert des Kaders liegt bei 49,25 Millionen Euro. In der Liga ist das der vorletzte Platz in der Rangliste. Natürlich ist es nur ein Richtwert, und da sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Bewertung vom Transfermarkt ziemlich subjektiv ist. Wichtig ist natürlich, dass die Führungsspieler da sind, die schon länger im Verein sind. Hier ist mal die Aufstellung gegen den BVB. Es sind die markiert, die schon minimum drei Jahre da sind. Und um sie herum, als kleiner Verein, ist es natürlich immer so, dass die Leistungsträger gehen. Sie zu ersetzen, ist ziemlich schwer. Aber Heidenheim, und das fällt schon sehr deutlich auf, hat eine große Trefferquote. Naja, woran liegt das? Ganz einfach, am Charakterscouting. Chef Holger Sannenwald und der Trainer Frank Schmidt, die setzen sich mit dem Spieler hin und checken seine Persönlichkeit. Die fragen direkt und unverstellt. Sie wollen wissen, was für ein Typ vor ihnen sitzt und ob der überhaupt reinpasst. Man kann es in anderen Worten Verhinderungsscouting nennen. Sie wollen einfach verhindern, dass man sich einen Flop holt, der zwar fußballerisch richtig stark ist, menschlich dafür nicht in die Kabine passt. Als kleiner Klub, der jetzt auch nicht die größten Gehälter zahlen kann, ist es natürlich schwierig, Top-Spieler zu finden. Bei der Transferstrategie setzt man deshalb auf zwei Säulen, das hat Schmidt selbst mal erklärt. Säule 1 sind die gescheiterten Spieler, die eigentlich schon Potenzial hätten, aber zuletzt die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Und Säule 2 sind die Talente, die den vollen Fokus auf den Fußball richten wollen, die sich nicht ablenken lassen möchten. Und in der Stadt ist das relativ leicht, denn Heidenheim ist klein und außenrum ist jetzt auch nicht so besonders viel. Um es deutlich zu sagen, sie holen Spieler, bei denen die anderen Klubs jetzt vielleicht nicht so viel sehen, aber Heidenheim dann doch irgendwas erkennt. Bei Ehren Dingschi beispielsweise. Der ist per Laie von Werder Bremen gekommen, davor war er maximal ein Joker, ohne in der Vorsaison an einem Treffer beteiligt gewesen zu sein. Jetzt ist er Stammspieler und allein gegen Werder in der Hinrunde hat er einen Doppelpack geschnürt. Oder Omar Traoré, er ist vom VfL Osnabrück ablösefrei gekommen, davor hat er maximal in der dritten Liga gekickt. Ist unter dem Radar gewesen. Zwar ein dynamischer und schneller Außenverteidiger, aber was neu ist, ist wie stark er nach hinten arbeitet. Da hat er sich wirklich verbessert und arbeitet mehr. Sie passen rein, weil es charakterlich passt. Ja, das sind gute Kicker, keine Frage. Individuell sind es aber trotzdem nicht so stark wie die meisten anderen Bundesligisten. Wie man das ausgleichen kann, hat Schmidt erklärt. Im Training achtet er nämlich auf Individualität. Es wird in Gruppen trainiert. Die Offensive, das Mittelfeld und die Defensive. Damit man an Elementen arbeiten kann, die eben für diese Rollen bzw. Positionen wichtig sind. Ein Beispiel. Eine ganz alte Methode, das Kopfballpendel. Das wird wahrscheinlich in 90 Prozent der Vereine aussterben, bei ihm aber nicht. In der zweiten Liga in der Vorsaison hat der FCH deshalb die meisten Kopfballtore erzielt. Ja, man sieht einfach, die Spieler performen über. Sie holen das Maximale aus sich raus. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, das ist normal, das sollte jeder tun. Klar, aber was wir nicht vergessen sollten ist, der FCH hat das kleinste Trainer- und Funktionsteam in der Bundesliga. Sie müssen aus wenigen Mitteln das Maximale rausholen und das macht's so beeindruckend. Es wird an den ganz simplen Dingen gearbeitet. Es hilft natürlich, dass Schmidt bei der Kaderplanung ziemlich viel Macht hat. Er baut sich das Team so auf, wie er das braucht. Er mag Typen, die ins Risiko gehen, die sich was trauen und dann halt auch mal Mist bauen. Sie sollen eigenständig sein und selbst handeln. Fehler dürfen passieren, aber nur, wenn sie leidenschaftlich passieren. Sein Motto ist, Mentalität kann man trainieren. Die Intensität im Training ist ziemlich hoch, er will's nie schleifen lassen. Und deshalb gibt's eben diese klare Struktur im Spielstil und natürlich auch die klare Handschrift dann im Kader. Das ist ganz elementar für den aktuellen Erfolg. So kommen wir dann zu Punkt zwei. Und das ist der Spielstil. Der 1. FC Heidenheim hat eine klare Idee vom Fußball. Er lebt von der Struktur. Klar, als Underdog muss man sich natürlich an den Gegner anpassen, aber die Grundprinzipien, die bleiben immer gleich. Das Markenzeichen ist die maximale Intensität. Angstfrei sein, mutig, leidenschaftlich, das ist ein ziemlich schneller und direkter Fußball. Man soll an die eigenen Stärken glauben und nicht nur immer an die eigenen Schwächen denken. Wie viel Disziplin da drin steckt, ist schon sehr beeindruckend. Die größte Stärke ist das Pressing. Sie stören früh, ärgern den Gegner und so können sie dann auch den Spielaufbau zerstören. Gegen den BVB hat das sehr gut funktioniert. Ich hab mal eine Szene rausgesucht aus der 19. Minute, ganz typisch gegen den Ball. Der Keeper hat den Ball, Tim Kleindienst ist in der Spitze, stört nur minimal und auffällig ist, wie sie dahinter gestaffelt sind. In Gleichzahl 3 gegen 3, sehr eng am Gegner. Sie sind auf einer Seite, wodurch der BVB dann wahrscheinlich über rechts eröffnet. Dass man ihn jetzt aber dahin lenkt, wäre übertrieben zu sagen. Auf jeden Fall passiert es. Jan Niklas Beste geht sofort in den Sprint, weil er ja gerade keinen deckt und macht Druck. So will er dann einen Fehler erzwingen. Der BVB merkt, okay, alle Passwege sind dicht, wegen der Manndeckung eben. Und eigentlich gibt's nur noch den Rückpass, der ist möglich. In der Szene ist es dann richtig, richtig eng geworden. Wie aggressiv man ist, variiert von Spiel zu Spiel. Tim Kleindienst ist ja theoretisch Stürmer, dadurch aber auch automatisch der erste Verteidiger. Ich hab ein paar Statistiken rausgesucht. Und zwar zum einen die gewonnenen Zweikämpfe, das sind insgesamt 257 mittlerweile. Ligaweit ist er da auf Platz 3. Und zum anderen die Fouls, das sind 59. Das ist sogar Spitzenreiter in der Liga. Das ist nix Neues, das war in der zweiten Liga schon ähnlich. Man muss aber auch dazu sagen, gegen den BVB war es ein sehr faires Spiel. Kein anderer Stürmer in der Liga hat nur ansatzweise diese Zahlen, eben weil Kleindienst seine Rolle so interpretiert. Ihn darf man nicht nur an den Toren messen, er macht viel mehr für das Spiel. Eine andere Stärke ist dann noch das Zonenverteidigen. Der FCH versucht nah am Mann zu sein. Und wenn der sich bewegt, ist es natürlich riskant, dass irgendwo dann Lücken aufgehen. Die Spieler reden dementsprechend viel miteinander, sprechen sich ab und füllen diese Lücken. Das Markenzeichen ist, dass sie sehr viel laufen und die weiten Wege gehen. Auch da habe ich eine Szene vorbereitet gegen den 1. FC Köln. Die Heidenheimer sind in den dunklen Trikots. Die Viererkette ist eingezeichnet und der Kölner passt während des Sprints nach außen. Die Folge ist, dass der Außenverteidiger den Gegner attackiert. Er macht Druck. Das Problem daran ist, hinter ihm geht der Raum auf. So, was passiert? Der Mittelfeldspieler füllt die Lücke, sprintet rein und bleibt da. Da wechseln sich die Sechser in der Regel ab, je nachdem, wer gerade näher dran ist. Und was so gut daran ist, ist, so verhindert man den Steilpass in den Strafraum. Man bleibt nah am Gegner dran und der hat keine Luft zum Atmen. Die Kölner brechen den Angriff ab, passen dann nach hinten und wenn der Druck dann weg ist, tauschen sie wieder ihre Rolle. Als Underdog ist es extrem wichtig, gut zu verteidigen. Lennart Maloney ist mein geheimer MVP. Er schließt zentral so viele Lücken. Jetzt zwar nicht in der Szene, die wir gerade gesehen haben, aber so oft. Seine Laufdistanz ist überragend. 263,8 Kilometer, damit der Spitzenreiter in der Liga und bei den intensiven Läufen ist er auf Platz 3. So ist er ja dann auch US-Nationalspieler geworden. Er ist ein Prototyp, wie ein Arbeiter aussehen sollte. Er pendelt sehr oft zwischen dem Innenverteidiger und dem defensiven Mittelfeld. Je nachdem, wo er eben einen Raum besetzen muss. Es fällt auch auf, gegen Werder Bremen ist es so gewesen, dass er oft dann zurückgegangen ist und dadurch eine Fünferkette entstanden ist. Die beiden, Kleindienst und Maloney, denen haben viele wahrscheinlich nicht zugetraut, so wichtig und so eine große Rolle in der ersten Liga zu spielen. Und das liegt eben daran, dass man gut aufeinander abgestimmt ist. Generell ist die Entwicklung des 1. FC Heidenheim während der Saison richtig stark. Da sticht mittlerweile die Defensive heraus. Ich hab mal einen Vergleich gezogen. Die ersten 5 Ligaspiele gegen die bis jetzt letzten. Das ist repräsentativ, als die gleichen Gegner waren. Am Anfang lag der Expected Goals ergänztwert bei 2,59. Jetzt sind es nur noch 1,8. So viele Tore sind statistisch erwartbar gewesen. Bei einem Aufsteiger ist es ja fast immer so, wer gut verteidigt, der bleibt in der Bundesliga. Die Basics müssen sitzen. Klar, man muss sich an die Qualität der Liga gewöhnen und auch den eigenen Spielstil etwas anpassen. Das hat mittlerweile aber wirklich funktioniert. Dafür opfern die Heidenheimer ein Stück weit die Offensive. Es sind nicht mehr ganz so viele wilde Spiele. Erst lag der eigene Expected Goals-Wert bei 1,68. Jetzt sind es nur noch 1,15. Es ist ein bisschen schwächer, weil es halt kontrollierter ist. Der Spielstil lebt davon, Höchstleistungen zu bringen, an die eigenen Grenzen zu gehen, vielleicht sogar darüber hinaus. Dafür ist natürlich das Athletiktraining wichtig. Waldläufe. Das ist ein bisschen oldschool, aber in Heidenheim ist es sehr ländlich. Ab und zu gehen sie da noch laufen. Es sind ja auch viele Wälder da. Im Ballbesitz wiederum ist noch deutlich Luft nach oben. Da tun sie sich schwer. Es sind viele lange Bälle, die werden dann entweder zentral festgemacht, oder wenn sie über außen geht, sprintet man direkt in die Spitze. Das ist auf einem okayen Level. Und trotzdem, die Heidenheimer haben den wenigsten Ballbesitz in der ganzen Liga. Wie gesagt, es ist ein schneller und schnörkelloser Stil. Dadurch bringt man sich halt zu selten in wirklich gefährliche Situationen, insbesondere im Strafraum. Was ist also die Alternative? Ganz simpel. Standardsituationen, Eckbälle und Freistöße. Sobald man einen ruhenden Ball hat, wird es richtig gefährlich. 14 Tore sind schon so gefallen. Das sind fast die Hälfte von allen Treffern. So eine deutliche Quote hat kein anderer Bundesligist. Da braucht man zwei Dinge. Erstmal einen guten Schützen und dann eine perfekte Abstimmung. Was man hört ist, die Heidenheimer studieren sehr viel ein, je nachdem, was die Schwächen des Gegners sind. Jan Niklas Beste hat einen goldenen linken Fuß. Oft tritt er die Ecken auf den kurzen Pfosten. Von da wird es dann per Kopf verlängert oder der Ball geht halt direkt rein. Jeder weiß, was kommt und was passiert. Und man muss zur richtigen Zeit dann am richtigen Ort sein. Das ist im Verein keine neue Stärke. Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, regelmäßig zu treffen. Hier ist mal die Bilanz aus den letzten Jahren. Jetzt ist es halt wichtiger, weil aus dem Spiel heraus weniger geht. Logisch, die Qualität der Gegner ist halt höher. Der Ballbesitz ist relativ simpel, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass es besser wird. Der 1. FC Heidenheim schafft es seit Jahren, sich zu entwickeln und zu verbessern. Das traue ich Frank Schmidt schon zu. Er wird mit Sicherheit irgendwann mehr Ideen mit dem Ball einstudieren. Es blitzt da jetzt schon immer wieder auf. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir in ein oder zwei Jahren über die Heidenheimer sprechen, dann werden sie eine klare Idee haben. So, dann blicken wir doch jetzt mal in die Zukunft. Frank Schmidt ist quasi unkündbar. Er ist eine Legende. Im Klub heißt es, sie würden ihm direkt einen unbefristeten Vertrag geben, denn er hat ja den Klub aufgebaut. Schmidt lehnt das aber ab. Er will einfach keine Sonderbehandlung. Und trotzdem, er wird höchstwahrscheinlich selbst entscheiden, wie lange er Trainer sein wird. Im Fußball ist dieser neue Impuls superwichtig, weil sich ein Trainer relativ schnell abnutzt. Bei ihm ist es aber nicht der Fall. Und das ist ja schon sehr speziell. Seine große Stärke ist, die Energie im Umfeld freizusetzen. Bei seiner Ansprache kommt viel über die Emotionen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das Menschliche zeichnet ihn aus, die Empathie und wie man die Kabine heiß macht. Da sind mehrere Dinge wichtig. Punkt eins ist die Offenheit. Er kommuniziert viel, ist ruhig, gleichzeitig aber auch konfrontativ. Wenn etwas falsch läuft, dann will man das ja auch ändern. Und die Spieler möchten Input haben. So holt man sie dann aus der Komfortzone raus. Und wenn das klappt, ist direkt das Selbstvertrauen noch mal ein bisschen höher. Dazu Punkt zwei, die Motivation. Er will unberechenbar sein und denkt sich bei den Ansprachen immer wieder neue Dinge aus. Bei Topspielen beispielsweise, macht man sich nicht klein, sondern groß. Er sagt, ey, es kann eng werden, obwohl wir individuell unterlegen sind. Wenn sowas nämlich im Kopf ankommt, dann ist alles möglich. Dann kann man auch Widerstände meistern und man gibt einfach nicht auf. Sollte Schmidt die Spieler irgendwann nicht mehr erreichen, dann wird er wahrscheinlich selbst den Schlussstrich ziehen. Einmal ist das fast passiert. 2017. Es hat einen Fehlstart gegeben, die Heidenheimer sind echt nicht gut in die Liga gestartet und dadurch gab es dann auch das Gerücht, dass er rausgeworfen wird. Aus der Zeit gibt es eine gute Anekdote, die er da selbst mal erzählt. Bei einer Teamsitzung hat sich Schmidt hingestellt und gemeint, passt auf, wir räumen jetzt alles aus der Welt. Er ist selbstkritisch gewesen, hat eigene Fehler angesprochen und vor allem, wie er die abstellen kann. Da hat er dann noch gemeint, dass er den vollen Glauben besitzt, den Turnaround zu schaffen. 40 Leute sind in diesem Raum gewesen, alle hatten die Chance zu reden, das war hart und ehrlich. Und natürlich ist sowas auch riskant, denn Schmidt könnte seine Autorität verlieren, weil er Schwäche zeigt oder man wächst zusammen. Heute sagt er, das ist einer der intimsten Momente als Trainer gewesen. Auch die Aussage von Holger Sandwald, er würde lieber 10 Spieler rauswerfen als den Trainer, ist aus der Zeit. Es wird dort einfach anders gearbeitet, als bei den meisten anderen Bundesligisten. Das ist die Kontinuität. So ein Verein tut dem deutschen Fußball gut. Und wie am Anfang gesagt, das haben sie sich alles selbst erarbeitet. Mit einem klaren Plan, wie man als Underdog überleben kann. Der Spielstil hat eine klare Struktur, in dem das Kollektiv der Star ist, alle arbeiten mit der maximalen Intensität. Und deshalb hoffe ich, dass der 1. FC Heidenheim noch lange in der Bundesliga bleibt. Ja, diese Kontinuität ist im Profifußball wirklich was ganz Besonderes. Viele Infos über Frank Schmidt habe ich aus seiner Biografie Unkaputzbar, die ist mir mal im Sommer zugeschickt worden. Und hinten steht drauf, das ist mein Fußball, das ist der 1. FC Heidenheim, das bin ich. Da gibt es auch eine Anekdote drin, wie er als 11-Jähriger zum 1. Mal Trainer war. Ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung. Beim FC Girona denkt man ja normalerweise auch, hey, das ist eine Underdog-Geschichte. Aber die sind das krasse Gegenteil zum 1. FC Heidenheim. Wieso? Habe ich hier im Video erklärt. Klickt da gerne mal rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich alles Gute, haut rein und ciao.